Avakra Vrishikhasana ist der nicht gekrümmte Skorpion oder anders ausgedrückt Skorpion mit geraden Beinen. Nilakanta von Yoga Vidya Berlin zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Kopfstand Shishasana. Von hier die Handflächen auf den Boden und den Kopf heben und die Beine gestreckt lassen. Und das macht eben das Avakra aus, das nicht gekrümmte. Manchmal oft genannt Avakra Januvrishikhasana. Und nachdem du die Stellung einige Sekunden gehalten hast, kannst du entweder zurück zum Kopfstand kommen oder in der Stellung des Kindes entspannen oder zum Fersensitz kommen. Wenn es dir gefallen hat, schnell auf Daumen hoch, gefällt mir, klicken und die Sendung mit anderen teilen. Oder den ganzen Kanal abonnieren, dann wirst du keine Sendung verpassen.